Willkommen beim e-Tutorial zum Thema Suche nach elektronischen Medien im Katalog für Nicht-FAU-Angehörige. Im Katalog der UB kann gezielt nach elektronischen Medien wie E-Books und E-Journals gesucht werden. Wie genau das funktioniert, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Zunächst wollen wir nach E-Books recherchieren. Dazu rufen wir zuerst die erweiterte Suche auf, indem wir dem Link auf der Homepage Suche im Katalog OPAC Plus folgen. Im nächsten Fenster wählen wir dann einen Abholort aus, zum Beispiel die Hauptbibliothek. Uns stehen verschiedene Suchfelder zur Verfügung. Fangen wir mit den Titelwörtern an. Nehmen wir an, wir suchen E-Books zum Thema Bildung, Digitalisierung und Innovation. Da wir nur in den Titelwörtern gesucht haben, erhalten wir in diesem Fall nur einen Treffer. Dieser ist deutschsprachig, weil nur deutsche Suchbegriffe verwendet wurden. Um mehr Treffer zu erhalten, können wir entweder ein anderes Suchfeld benutzen oder aber weniger Begriffe eintragen. Sehen wir uns den Treffer genauer an. Am Add-Zeichen erkennen wir, dass es sich um ein E-Book handelt. Über den Volltext-Button werden wir direkt zur Titelanzeige des Verlages weitergeleitet. Da es sich um einen Open Access-Titel handelt, ist das Buch online frei zugänglich und wir können das PDF ansehen und herunterladen. Nicht alle E-Books sind frei im Netz verfügbar. Sehen wir uns deshalb ein weiteres Beispiel an. Diesmal verwenden wir das Feldschlagwort. Ein Schlagwort beschreibt den Inhalt eines Werkes, unabhängig von dessen Titel oder Sprache. Da wir nur nach elektronischen Medien suchen, schränken wir die Trefferliste nachträglich auf den Dokumenttyp E-Book ein. Dieser wird uns in der Liste nicht sofort angezeigt, also klicken wir auf Mehr anzeigen und wählen E-Book aus. Die Einschränkung ist parallel auch nach anderen Kriterien möglich, zum Beispiel nach Erscheinungsjahr. Über Volltext gelangen wir wieder zum E-Book. Die meisten im Katalog verzeichneten E-Books sind lizenzpflichtig. Solange Sie sich im Netz der Universität befinden, können Sie aber auf alle von der UB lizenzierten Titel kostenlos zugreifen. An den Internet-Arbeitsplätzen in der Bibliothek haben Sie also automatisch Zugriff. Da wir uns gerade nicht im Uninetz befinden, wird uns das E-Book nur zum Kauf angeboten. Bei einigen E-Book-Sammlungen ist der Zugriff auch von privaten Rechnern möglich. Dazu benötigen wir jedoch einen speziellen Zugangslink. Zunächst müssen wir also herausfinden, um welchen Anbieter es sich handelt. Dazu sehen wir uns die Seite genauer an. An der Adressleiste erkennen wir, dass wir uns bei Springer Link befinden. Außerdem merken wir uns den Titel des Buches. Nun wechseln wir zurück auf die Startseite der UB, indem wir in der Trefferliste oben links auf das UB-Logo klicken. Alle von der UB lizenzierten E-Book-Angebote sind in DEBIS eingetragen, unserem Datenbank-Informationssystem. Um in DEBIS recherchieren zu können, klicken wir auf Datenbanken und dann auf Suche im Datenbank-Infosystem DEBIS. Hier klicken wir oben in der Menüleiste auf E-Books. Nun müssen wir unseren Anbieter in der alphabetischen Liste finden. In unserem Fall Springer Link. Im folgenden Fenster suchen wir nach der Start-URL für den externen Zugriff und klicken dann auf den angegebenen Link. Im Login-Fenster geben wir unsere Bibliothekskartennummer und unser Kennwort ein. Jetzt können wir erneut nach dem Titel recherchieren. Je nach Lizenzvertrag haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, das E-Book zu nutzen. Teilweise ist es Ihnen nur erlaubt, das E-Book online zu lesen. In den meisten Fällen dürfen Sie entweder einzelne Kapitel oder das komplette Buch als PDF herunterladen. Teilweise ist dieser aber auch auf einen bestimmten Prozentsatz pro Session beschränkt. Sollten Sie hier Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich gern an die Online-Auskunft. Sehen wir uns nun eine Zeitschrift an. Zeitschriften sucht man am besten über die Titelwörter. Unser Beispiel heißt BU Praktisch, das Online-Journal für den Biologieunterricht. Füllwörter wie Präpositionen und Artikel können wir bei der Suche einfach weglassen. Da wir nach einer Zeitschrift suchen, schränken wir den Dokumenttyp auf Zeitschrift ein. Ob eine Zeitschrift gedruckt oder elektronisch vorliegt, erkennen wir wieder am Mediensymbol vor jedem Treffer. Auch elektronische Zeitschriften bzw. E-Journals sind entweder freiem Netz verfügbar oder können nur über das Uninetz aufgerufen werden, sofern die UB über eine Lizenz verfügt. Oft liegen für eine Zeitschrift verschiedene Lizenzen vor. Grün bedeutet, dass die entsprechenden Jahrgänge frei zugänglich sind. Gelb kennzeichnet Zugriff nur über das Uninetz. Zu Hause können Sie also nur auf Zeitschriften mit grünen Lizenzen zugreifen. Mit Klick auf zu den Volltexten werden wir zur Verlagsseite weitergeleitet und können uns nun einzelne Zeitschriftenhefte und Artikel ansehen. Wenn Sie in Ihre Suche auch Aufsätze und Artikel aus Zeitschriften und Sammelwerken einschließen möchten, lohnt sich eine Suche in Primo. Dabei handelt es sich um ein Zusatzangebot, das eine Fülle von verschiedenen Datenbanken, nach Aufsätzen, E-Books und vielem mehr durchsucht. Die Suche können Sie einfach über den Sucheinstieg des Katalogs starten. Da Primo Schlagwörter nicht unterstützt, geben wir unsere Suchbegriffe bei den Titelwörtern ein. In der Trefferliste wählen wir jetzt oben den Reiter Primo aus. Auch hier haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre Trefferliste einzugrenzen, zum Beispiel auf Aufsätze. Primo zeigt Ihnen bevorzugt Online-Ressourcen an. Wenn Sie sich im Uninetz befinden, erhalten Sie also in der Regel mehr Treffer. Primo eignet sich allerdings bei der Artikelsuche nur für einen ersten Überblick. Bessere Suchergebnisse erhalten Sie, wenn Sie in einschlägigen Fachdatenbanken recherchieren. Welche Datenbanken es zu Ihrem Fachgebiet gibt, können Sie wieder über DEBIS einsehen. An den Internetarbeitsplätzen in der Bibliothek können Sie in allen Datenbanken kostenfrei recherchieren. Datenbanken mit dem Symbol F sind frei im Internet zugänglich. Die Symbole D und E kennzeichnen Angebote, die auch von zu Hause über den Link Start-URL für den externen Zugriff aufgerufen werden können. Dazu benötigen Sie einen Bibliotheksausweis. Um im Katalog gezielt nach elektronischen Medien zu suchen, kann die Trefferliste nachträglich auf bestimmte Dokumenttypen, wie zum Beispiel E-Books, eingeschränkt werden. Viele der im Katalog verzeichneten E-Books sind allerdings nur über das Uninetz verfügbar. Teilweise erlauben Verlager aber einen Zugriff von zu Hause. Dazu muss über DEBIS die E-Book-Sammlung aufgerufen werden. Mit einer Suchanfrage können Sie gleichzeitig im Katalog und in Primo recherchieren. Sie erhalten zwei Trefferlisten und können einfach zwischen den beiden Reitern Katalog und Primo hin und her wechseln. Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich gern jederzeit an unsere Online-Auskunft.